Schönen Grüße aus Turin. Wir stehen hier vor der Basilika Supergar. Heute unser letzter Tag in Turin. Gestern haben wir das tolle Match miterleben dürfen und dürfen kurz unsere Eindrücke schildern. Vielleicht, Hannes, was war das Schönste für dich gestern? Das Schönste für mich war kurz vor dem Anpfiff oder wie wir das Aufwärmen hautnah miterleben haben dürfen, direkt hinter dem Tor von Gigi Buffon. Nach dem Spiel des Treffens Meet & Greet mit Präsidenten Agnelli, das war recht super. Für mich auf jeden Fall auch das Treffen mit meinem Jugendtitol Andrea Basali. Das war schon sehr schön, ein Foto mit ihm zu machen. Es war insgesamt ein sehr toller Abend, auch 3 zu 1 gewonnen. Was will man mehr? Wir wollten die Gelegenheit eigentlich nur einmal nutzen, uns bei Chip und 90 Minuten recht herzlich zu bedanken für die tolle Möglichkeit und die tolle Reise. Grazie mille. Genau, grazie mille. Vielen, vielen Dank. Wir verabschieden uns jetzt wieder und treten die Reiseretour an nach Wien. Ciao, arrivederci.